hallo und herzlich willkommen zu sims 4 4 4 und ja ich wollte noch ein bisschen was verändern hier zum beispiel die augen kann man jetzt ein bisschen machen nicht hier die augen die ich haben möchte also ihre lippen auch so die diese natürlich aus den über den überall aber über die lippen gleich so dass wir in ihren natürlichen lippen form also die haben sie überhaupt praktisch gar keine textur haben wir das nun die augen die augen mal schön machen die so gut aus noch das gemerkt wir glauben dass man ich habe nicht man kann man gelogen haben sie ja die bots werden die wir uns ja jetzt ein anderer woanders jetzt diese 20 18 14 ja 20 18 14 waren das ok 20 18 14 das ist nicht auch die farbe so 20 18 14 da sind sie ab und sicher zum fährt und wenn sie also große umgeben das sind sie ja genau dann hier auch 20 18 14 ja gerne genommen 20 18 14 sind sie jetzt noch mal blau braun das ist zu braun das ist ein anderer 20 18 14 irgendwas das sind sie mich verarschen mag das nicht wer mich verarschen will der ist ein anderer so und weiter geht's 18 14 da sind sie nicht da ok das haben wir schon mal alles klar dankeschön das war das warum sonst noch irgendwie noch was denn gesichtsfarben mäßig ist das ist alles hier nur augen fangen und so kann ich gar nicht machen was denn nicht alles klar so outfit ist jetzt ein winter outfit da passt mal wirklich passt alles wenn ich gerne alles anziehen ich finde sie alles gut aus so machen wir hier achten in den oberteil ja die hose bleibt gleich achten in den oberteil entschuldigung schon gewundert so hier war das so ist ein bisschen kalt für winter hm ich bin so richtig gut gefällt mir das wenn ich selber zusammenstelle äh warum alle Hosen hier haben wir hier keine Beschränkung so das lange fast so einige was mit warm aussieht ja so eine geht bei ihr nicht die Hose geht also die Schuhe müssen wir hier auch wecken eine andere Schuhe die Schuhe machen wir erstmal aus erstmal ohne Schuhe so ne so ich gebe mir das Hose zurück so diese das ist nicht ganz verkehrt Kleider wird glaube ich eher praktisch wir können die Leggings unterziehen Kleid und Leggings wird sich auch gut aussehen und das Kleider haben wir ja noch das sind schon die besten Puh das ist ja auch nicht schlecht was hier ne ne ich finde das schon besser so dann brauchen wir aber allerdings ähm Stromhosen ja keine Blümchen oder so und Schuhe jetzt natürlich jetzt kommen die Schuhe dazu so das ist ob der Schuhe jetzt gerade gestorben ein bisschen okay da ist einer gestorben kann das ist dann vielleicht nicht Aufnahmen machen Film gucken das ist vielleicht nicht so praktisch so Oberteil wollen wir noch was warm ist hm 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 Puh wir haben alle Varianten oder was das passt ein bisschen zu hier endlich mal gucken das ist zu kühl äh hier so eine Jacke hier hm hm war sowas ist das gut passt auch nicht schlecht die Jacke hier ach jetzt beide mal hinten drauf cool krass das wird definitiv zu kühl ne das wäre sehr erfrischend das passt nicht hier daraus hängende Klammer äh und der Hemd äh Hemd und hier so eine Jacke passt nicht das hier na das war auch zu kühlern die haben sie fast irgendwie nicht so zum Winter ne sonst waren es niedliche Sachen hier aber das passt nicht so richtig ne oder eben so so typisch Mädchen aber das passt jetzt nicht für den Wetter das gedacht ist hm hm die Nase hm 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 so passt auch nicht gar nicht so einfach das richtige ist nein und hier so schön das sei das ganze anders als abgewühlt das war zu kurz das hier hm 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 hè ne nee ah die das Das Fenster ja ne ne ich habe noch eine to-do-liste, ich bin schon ganz müde, nein, dreh dich, nein, oh, tolle waren wir gerade beschäftigen, hm, das ist ja blöd, hm, was nehmen wir denn da am besten, war das hier, na das, ja, das war das mal so, erst mal, das sind die roten Haare, so, das war der Winter, jetzt gehen wir noch mal Alltagskleidung, genau, da hat sie ja dieses Kleid, das hat sie ja schon mehrere Folgen, wir können ja noch eins dazu packen, wir packen eins dazu und dann nehmen wir was anderes, das Kleid ja noch, ist ja auch nicht schlecht, was war das hier, was war das hier, das wäre das für warme Wetter, ne, heiße Wetter, das Heißwetter, das hier, andere Farben, hm, Großausweis ja nicht, ne, hm, 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 hm so hat sie auch socken dann da was ein bisschen kühler sein sommertagen dann haben wir hier ausgekleid hat man es ja was korrekt nach noch nicht gehabt ich weiß noch nicht was ich dann nehmen Nimm mir das, meine schwarze hier, das hier, ein bisschen farblich intensiver, nimm mir dies dafür. Pass mal noch mal, weiter. Fußball. Holen wir das jetzt. Hm. Da kommen ja auch mehr rein. Ach, da wollen wir mal eins dazu. Pass hier nicht zu Sport so ganz, ne? Das sag ich auch nicht. Das hier, ein langes Sportding. Aber hier so schwarz. Ja. Dann haben wir das. Und Schlafsachen. Das ist ganz nett. Mhm. Mhm. Nehmen wir das. Und noch eins. Alternatives. Typisch Männchen-Ding hier. Oder hier sowas. Genau. Hose Blümchen, so. Das könnte ja auch was. Halt das Kleine und nehmen wir das andere. So. Haben wir das. Hier. Okay, das kommen wir so lassen. Alles für ab. Das geht durch. Schwimmsachen. Rot. 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 Passt. Ja. Nehmen wir. Haben wir das auch in Rot hier vielleicht? Nö. Das funktioniert gar nicht. Das funktioniert gar nicht. Das funktioniert bei ihr nicht. Okay. Dann bleiben wir doch das. Bei Rot. Dann heiße Tage. Da haben wir. Da wollten wir das andere nehmen. Ausschalten. Dann können wir alle kriegen hier. Hmm. Wo haben wir das denn? Dann haben wir das. Ist auch ganz nett. Aber ich wollte ja das andere nehmen hier. Das schwarze Einteiler. Nehmen wir dann da mal. Du bist ausgegangen. Ich habe überhaupt keine Zeitplanung jetzt. Du brauchst gar nicht wie viel Zeit ich jetzt verbraucht habe. So. Hm. Das. Äh. Geht auch. Aber es ist nicht das was ich wollte. Ist auch nicht schlecht. Nö. Haben wir gar nicht. Oder so. Das wäre bei Schwimmsachen angebracht gewesen. Ne. Habe gar nicht gesehen. So. Hm. Wo ist es geblieben? Nehmen wir normalerweise nicht auf. Aber ich habe dann die letzte Folge beendet. Und ich habe gesagt. Okay. Machen wir erstmal schwarz. Rot. Schöner. Haben wir so. Rosa. Rot. Rot. Aber verwaschenes Rot. Dann nehmen wir so ein Lieder so intensiver. Hm. Dann nehmen wir doch so ein verwaschene Rot. So. Schuhe. Hier rote Sandalen hier. Achso. Hier sind nur ein paar Steine in der Rot drauf. So. Egal. Das wäre so. Und kalte Tage haben wir ja vorhin schon geplant. Na. Dann können wir auch noch mal ein zweites machen. Die wir erwähnt. Hm. Dann nehmen wir solche Schuhe. Und. Dann haben wir so ein Unterteil hier. Das hier. Ja. Doof aus. Das sieht nicht so toll aus. Hm. 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 Langweilig. Saas. Watsewitzundjins. Na. Ja. Na. Ja, nach. Da sind die Jagdze. Das sind die Jagdze. Glötiere. Na. 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 So, macht mich jetzt nicht so ganz glücklich, die Hose gäbe ich hier nicht, so, eure Sporthose. Hm. Gut, lassen wir es so. Als Alternative war das noch besser. Da muss das Oberteil auch geändert werden, wenn es nicht doof. Oberteil gleich ist. So. Okay, machen wir es so. Das war es dann schon. Wir sind schon fertig. Fertig. Okay. Alles klar. So, dann sind wir fertig. Noch irgendwas? Nee, haben wir alles. Fertig. Tschüss. So. Juhu. Alles klar, da haben wir es. So, wir müssen schlafen gehen und dann machen wir auch Schluss. Heute muss ich noch 2 und 3 schaffen irgendwie. Schon wieder so spät. Ja, schlafen. Ausheulen. Lass mal ausheulen. Die muss auch mal ausheulen. Huch, schläft gleich. Hm. Vielleicht rede mal mit ihnen. Vielleicht hoffe ich das ja manchmal auch. Ich weiß nicht so. Wenn ich irgendwas machen wollte, habe ich es vergessen. Wollte sie ausheulen, ne? Ich denke, ich habe immerhin der Bruder schläft. So einsprühen, ne? Wenn wir uns einsprühen. Ja, macht sie ja schon. So. Hatte sie in die rote Haare? Da stimmt was nicht. Die Haare sind die rot. Wollen sie in die Haare jetzt weiß? Äh, da ist noch ein Fehler drin. Zum Bearbeiten. Achso, ja. Die hier mache ich natürlich hier. Was schreibe ich denn da an? So. Geht auch. Alles klar. Ne, ich bin da erstmal raus und ich mach mal den Bug da weg, den Fehler. So. Ciao.